Hi, wir sind Hanna, Jonas, Ricarda, Lisa, Jessica, Pauline und Max und wir haben eine Idee. Das ist Tim. In seiner Freizeit guckt er gerne Fußball und sein absoluter Lieblingsspieler ist Berum Joateng. Neulich hat der einen munden Kreis mit Swipe-Up-Link in seiner Instagram-Story gepostet. Tim war neugierig und jetzt hört er den 17-Ziele-Podcast. Auch Familie Schmidt zählt zu den treuen Hörern. Denn erst vor kurzem haben Coco und Jas im Fernsehen von dem Podcast geschwärmt. Im 17-Ziele-Podcast erzählen prominente Gäste, wie und wo ihnen die 17 Ziele im Alltag begegnen. Außerdem gibt es jedes Mal eine coole Challenge und einfache Anregungen, wie jeder ein Teil zur Umsetzung der Ziele beitragen kann. Letzte Woche wurde dazu aufgerufen, beim nächsten Einkauf höchstens die Hälfte der Produkte in Plastikverpackungen zu kaufen. Das fällt Tim nicht schwer. Das Bier beim Fußballschauen schmeckt eher am besten aus der Glasflasche. Und Familie Schmidt packt ihr Obst und Gemüse jetzt ins Jutenetz. 17 Ziele, der Podcast. Bald überall, wo es Podcasts gibt. Und auf 17 Ziele sogar in Gebärden und leichter Sprache.